Metal Leute, Servus. Heute bin ich ein bisschen verschnürt, wie man sieht. Nacht- und Nippelaktion hier. Man sieht hier, da ist die Straße, hier ist mein Auto, noch vom Festival voll und da haben wir einen Hänger. Wir fahren jetzt gerade in der Ortschaft rein, in meiner Nachbarschaft und ich halte hier den Hänger mit Hilfe von diesen Bändern, die hier quer in meinen Eiern vorbeilaufen, an meinem Fuß entlang, auf den Hänger. Da hinten ist der Freund von meiner Schwester, der hier hinterherläuft und versucht, das Ganze zu halten und ich jetzt gezwungen bin, den Hänger anders zu halten. Ja, jetzt warten wir mal kurz. Man sieht es hier ganz deutlich. Man sieht hier ganz deutlich den Hänger, meine Füßchen und tieben dieser Ding hier. Fahr weiter, sagt er. Wie geht es bergab? Ja, fahr weiter. Ich lasse das Auto nur rollen, Hase. Ja. Hase? Okay, jetzt ist es noch was Neues. Ja, und wie ihr sehen könnt, es ist hier äußerst übel gerade. Und jetzt geht es hier verdammt fieberbreit und da ist ein anderes Auto. Ja, einfach mal nach der Nebelaktion. Ich werde nachher, wenn ich bei mir bin, euch noch kurz was über den ganzen Quatsch hier erzählen, was wir hier gemacht haben. Also, bis dahin, bis gleich, Leute. So. Warte, jetzt aber. Metal, Leute, so. Man sieht, ich bin äußerst verschnürt. Heute habe ich mal jemanden, der ausnahmsweise meine Kamera hält. Wenn du Lust hast, kannst du hier mal reingucken. Nö. War mir klar. Das ist meine Schwester. Soviel darf ich ja wohl sagen. Soviel da helfen. Nein, danke. Ja, das ist der Hänger. Man zieht dich nicht. Das ist der Hänger. Und ja, das ist ein ganz schönes Geschoss, wie man es hier sieht. Ja, hier ist das Ende vom Hänger. Ja, ich würde mal sagen, es ist richtig, richtig geil. Und in der Aktion haben wir den jetzt heimgezogen. Ja, ups. Sau geil. Licht ist ein bisschen 8 Grad, aber okay. Würde ich sagen, coole Aktion. Viel Spaß da beim Schauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal mit so einer geilen Aktion. Ciao. Ja, Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen. Ja, noch sind wir nicht ganz fertig. Ihr habt ja gesehen gestern, wie wir mit meinem Auto das Ganze gemacht haben. Und ich möchte euch jetzt mal den Hänger in Tageslicht zeigen. Und ja, nicht wundern, hier sieht es ein bisschen aus. Ich bin hier noch am Rumbasteln momentan. Ja, also das ist der Hänger. Man sieht, der ist ziemlich groß. Und der Hauptpunkt, ich habe halt keine Anhängerkopplung, deswegen haben wir eine Anhängerkopplung machen können. Ja, und der Hauptpunkt, warum das Ganze so schwierig ist, der hat einen Platten. Also der Reifen ist platt. Man sieht hier, Moment. Man sieht hier, ich kann hier mit der Hand rein drücken. Ja, und diesen Hänger haben wir gestern mit diesen Bändern, mit diesen Gurten vorne festgemacht. Und ich habe den dann da in diesem, ich habe den dann da hergezogen. War im Auto hinten drinnen gesessen, als ist jemand gefahren. Und ich bin hergegangen und habe den gezogen. Und der Freund von der Schwester ist hinten hinterher gefahren. Richtig cool. Er ist in der Nähe gelaufen. Ja, war eine ganz coole Aktion eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Metal, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.